Musik Ich liebe zu kochen und das macht mir wahnsinnig viel Spaß. Man hat ganz andere Gedanken und für mich ist es einfach Entspannung pur. Ich bin so ein Jahreszeitenkocher. Wenn es geht, immer irgendwie so mit ein bisschen asiatischem Touch. Musik Bei uns zu Hause läuft den ganzen Tag Musik. Ich höre sehr viel Lounge. Also das ist so im Sommer definitiv Lounge und so chill out und so später im Herbst rein. Das ist auch immer ein bisschen jassy. Aber es ist mehr so Hintergrundmusik. Also es ist jetzt nicht so, dass ich mich irgendwie hinsetze und ganz bewusst die Musik jetzt anhöre. Also früher war es mit sich jetzt Barry Manilow. Freunde von meinen Eltern haben mir in den 70ern ein Album aus Amerika mitgebracht. Ich will mich ja das ja anfangen von einem ganz neuen Musikempfinden. Es gibt natürlich auch jüngere Popbangs zum Beispiel, Codeplay finde ich super klasse. Also da ist das Spektrum schon sehr ausgelöst. Der letzte Ohrwurm. Jetzt sagen wir nicht atemlos. Nein. Was habe ich denn jetzt? Das heißt Ohrwurm. Es ist ein Titel. Wenn dieser Titel kommt, hat man sofort gute Laune. Das ist Happy von Pharrell Williams. Ob man nun wirklich miesepeterig drauf ist oder nicht. Es kommt Happy. Und Muskelgruppen des Körpers fangen an mitzuzucken. Du bist mein Herz und mein Herz und mein Herz und mein Herz. You're my heart, you're my soul, I'll be holding you forever. Stay with me together.